Hallo, liebe Anwohner von der Jülicher Straße und Geschäftsleute. Ihr habt sicherlich schon Post von uns bekommen, von der Comiciade. Worum geht es? In den Osterferien wollen wir die Jülicher Straße zur Comiciade Ausstellungsweile machen und ihr könnt ein Teil davon sein. Völlig kostenlos, wir stellen euch einfach alles. Ihr bekommt tolle Kunstdrucke, die ihr auch hinter behalten dürft. Die kriegt ihr gerahmt, die Rahmen muss man wieder haben, aber die Drucke könnt ihr behalten. Und das hängt ihr für zwei Wochen einfach in euer Schaufenster oder Fenster an der Jülicher Straße oder drumherum. und werdet so ein Teil der Comiciade Ausstellungsweile. Das Tolle ist, ihr kommt auch noch in den Katalog vor und ihr kommt auch noch ins Aachen-Nordviertel-Magazin. Völlig kostenlos ist das alles und wir würden uns freuen, wenn ihr alle mitmacht und die Jülicher Straße wirklich zur Comiciade-Meile macht und so ein bisschen Comic-Zauber in Aachen-Nord damit verbreitet. So, das Schöne ist, ihr könnt euch auch ein Comic aussuchen. Wir haben eine tolle Mappe, wo ihr euch was aussuchen könnt von den Comic-Zeichnungen, damit ihr auch eine Verbindung vielleicht zu dem Comic habt. Vielleicht gefällt euch was besonders darunter oder kennt was noch aus eurer Jugend oder Kindheit. Dann finden wir sicherlich eine Lösung. Und das Tolle ist, es ist völlig kostenfrei. Und ihr könnt euch jetzt melden unter der Info at comikerde.de oder der Rufnummer 0241 91 99 58 89. Wir freuen uns auf euch! Vielen Dank!